Schöne Augen und strahlende Momente – dafür sorgt das Unternehmen Blickfang Augenoptik in Dresden. Inhaberin Nancy Falk hat das Fachgeschäft 2015 gegründet, um Kunden aus der ganzen Region mit einem außergewöhnlichen Sortiment und persönlichem Service zu begeistern. Von unzerbrechlichen Glorify-Brillenfassungen über individuelle Echtholzbrillen von Van Haaf bis hin zu durchgefärbten Saigo 3D-Sportbrillen. Freuen Sie sich auf eine bunte Auswahl an exklusiven Marken für zu Hause, den Arbeitsplatz oder das Training. Außerdem bietet die Augenoptikermeisterin Sehtests und Kontaktlinsenanpassungen sowie Reparatur und Reinigung ihrer Sehhilfe an. Denn eine ganzheitliche Betreuung von A bis Z hat hier oberste Priorität. Lust auf eine individuelle Anfertigung? Dank hauseigener Werkstatt mit modernster Technik kann die erfahrene Spezialistin ihre Traumbrille im Nu kreieren. Blickfang Augenoptik – lassen Sie sich überraschen! Diese Zeitungs standing in der St esempio und fallen Sie sich überraschen! Die St 빨리 dzieństabließen! Vielen Dank.